Was geht ab Leute, euer Frapsys hier und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um mein Fortnite Rette die Welt Spind. Und da vorne möchte ich euch einfach mal ein Waffenlager zeigen, alle meine Skizzen, Helden, Überlebenden, Verteidiger, Ressourcen, Rucksack, Lager und vieles mehr. Ich hoffe, dass das ganze Video euch gefällt. Ihr könnt mir gerne natürlich einen Daumen da lassen. Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Vielleicht schaffen wir diesen Monat noch die 350.000 Abonnenten. Also Freunde, legt auf jeden Fall einen Zahn zu und lasst mir gerne mal ein Abo da. Außerdem wollte ich nochmal was ganz kurzes erwähnen. Für die Leute, die jetzt sagen, hey Fraps alter, warum kommt in letzter Zeit denn kein Battle Royale mehr und vieles mehr. Das Ding ist Freunde, ich habe jetzt beispielsweise in meinem letzten Battle Royale Video gesehen gehabt. Also da habe ich etwas gesagt gehabt und da ging es halt um diese Skins, die kommen. Da habe ich halt ein Rette die Welt Video im Hintergrund reingespielt. Und viele haben sich darüber beschwert. Aber Freunde, ich möchte was ganz kurzes erwähnen. Ich finde Rette die Welt Gameplays interessanter als Battle Royale Gameplays. Weil in Rette die Welt passiert immer was. Und in Rette die Welt ist es so, manchmal spielt man, da muss man 5 Minuten durch die Wüste laufen und dann kommt wieder ein Gegner. Wisst ihr, deswegen packe ich in letzter Zeit oftmals halt Rette die Welt Gameplays rein. Aber natürlich, Freunde, kann ich auch Battle Royale Gameplays machen, weil ich spiele immer noch Battle Royale mehr als Rette die Welt. Rette die Welt spiele ich nur so nebenbei, wenn mal ein Kollege Hilfe braucht oder so. Und Rette die Welt macht mir auch mega Spaß. Also Freunde, bitte nicht wundern, warum ich jetzt so in letzter Zeit ein bisschen mehr Rette die Welt hochgeladen habe. Da sich ja auch viele dank dem Angebot jetzt Rette die Welt gekauft haben, möchte ich einfach auch mal für die Rette die Welt Community, die ich jetzt mittlerweile aufgebaut habe, auch das eine oder andere zurückgeben. Und ich denke mal auch für einen, der jetzt kein Rette die Welt spielt, ist dieses Video trotzdem interessant. Ich werde mich auf jeden Fall in einem separaten Video eventuell dazu genauer äußern, aber jetzt vorne sollte das Ganze mal dahingestellt sein. Und zwar, da könnt ihr mir auch gerne nochmal auf Instagram folgen, fraps-yt heiße ich dort, dort poste ich auf jeden Fall richtig krasse Sachen und am Montag werde ich ein FAQ-Video hochladen. Das heißt für euch, falls ihr mir ein paar Fragen stellen wollt, dann geht gerne mal auf Instagram, schaut meine neueste Story an und dann könnt ihr dort eine Frage stellen. Und ich werde euch eventuell in einem nächsten Video einblenden. Alles unten in der Videobeschreibung, Instagram-Name, alles drum und dran. Und jetzt würde ich auch schon sagen, starten wir aber mal direkt mit dem eigentlichen Video. Let's go! So Freunde, und zwar sind wir hier gerade im Rette die Welt Menü. Es gibt sehr viele Sachen, die ich euch jetzt zeigen kann, von den Fortschritten, wo ich jetzt derzeit bin, bis hin zu all den ganzen Sachen, die ich besitze. Ich würde aber mal sagen, Freunde, wir fangen mal als allererstes bei der Karte an, wo ich denn derzeit bin, damit ihr so einen kleinen Überblick habt. Und zwar sind die ein oder anderen von euch, denke ich, schon mal in Steinwald, weil ich denke mal, viele von euch haben sich ja Rette die Welt neu gekauft. Steinwald kann man, wenn man ein gutes Team hat, wirklich innerhalb von zwei Tagen easy durchspielen. Dann, Freunde, gibt es noch einmal Plankarten. Plankarten dauert viel, viel länger, denn ihr seht schon selber, die Karte ist viel größer, man muss viel mehr Missionen machen. Und die normalen Missionen, die dann halt am Ende auf euch zukommen, sind Blitz 46. Das heißt, ihr müsst so circa Blitz 40 sein, bis ihr Plankarten durchgespielt habt. Das könnt ihr so anhand meines Vergleichs jetzt einfach so abschätzen, wie lange ihr halt dafür benötigt. Und in Plankarten ist es ja auch oftmals so, Freunde, dass ihr auch euren Fortschritt sehen könnt, wenn ihr in den ganz normalen Spielenbereich geht und nach hinten scrollt. Bei mir ist es leider nicht mehr möglich, da ich halt derzeit in Brutal bin. Auf jeden Fall, Freunde, denke ich mal, dass das Ganze durchzuspielen, wenn ihr richtig suchtet, zwei Wochen dauert. Also zwei Wochen, dann habt ihr das Ganze durchgezockt. Also da müsst ihr aber wirklich mindestens vier bis fünf Stunden am Tag zocken. Dann, Freunde, bin ich jetzt derzeit in Brutal. Brutal ist auf jeden Fall eine Gegend, wo ich schon sagen muss, da ist schon Brutal. Also den Namen hat er sich auf jeden Fall verdient. Die 46er-Zone oder so sind für mich und meine Kollegen, wie beispielsweise Gurke oder Emre, kein Problem. Emre ist noch ein bisschen critical unterwegs, weil er ist erst Blitz 20, aber mit Gurke komme ich ja eigentlich sehr gut zurecht. Aber hier gibt es halt auch Missionen, die ein bisschen schwieriger sind, wie 58 Blitz oder 64. Es gibt sogar 70 Blitz-Missionen, wie hier oben die Datenbeschaffungs-Missionen, auf die ich gerade nicht irgendwie gehen kann, weil das hier immer so geil ist. Genau hier, also 70er-Blitz, ihr seht es selber. Das ist halt immer so eine Herausforderung, die man halt bewältigen muss. Und ihr müsst überdenken, so eine 70er-Mission ist auch für mich, mit jemandem, der halt Blitz 58 ist, sehr, sehr schwer. Das ist halt mein derzeitiger Stand in Brutal. Bei Brutal bin ich noch recht weit am Anfang. Ich denke mal, um Brutal richtig durchzuzocken, wenn man das richtig durchsuchtet, braucht man drei bis vier Wochen, denke ich mal. Und das Ding ist, ich möchte aber Brutal nicht weiterspielen, weil, Freunde, am Dienstag kommt ja ein neues Update raus. Und dann wird Brutal endlich eine Storyline haben. Das heißt, wir werden komplett zurückgesetzt in Brutal und müssen von Anfang wieder neu starten. Weil das ist so, weil in Brutal gibt es noch keine Storyline, deswegen wird das Ganze noch hinzugefügt. Auf jeden Fall, Freunde, habe ich hier mehrere Helden. Zu den Helden möchte ich jetzt erstmal direkt kommen, denke ich mal. Und zwar als primären Charakter spiele ich gerne den Cloaked Star. Er hat nämlich mehrere coole Fähigkeiten. Einmal hat er Wurfsterne und seine Wurfsterne sind so cool, Leute. Er wirft die Wurfsterne und zwar sind es sechs Stück und das ist richtig krass verstreut. Damit könnt ihr richtig viele Gegner auf einen Schlag erledigen. Wenn ihr nah seid an einem Nebelmonster, könnt ihr ihn sogar mit einer, äh, einmal Wurfsterne werfen, direkt eliminieren. Und er wirft sechs Stück und kann alle zwei Sekunden weitere Wurfsterne werfen. Richtig, richtig krass. Außerdem hat er die Fähigkeit Halbmond Tritt, aka Flying Uwe Kick, Freunde. Der ist auch richtig, richtig krass, meiner Meinung nach. Damit kann man auch so fünf bis zehn Zombies easy peasy rausholen. Dann, Freunde, haben wir nochmal die Rauchbombe. Die ist recht effektiv, wenn sehr viele Zombies auf euch zukommen. Die könnt ihr einmal auf den Boden werfen und die Zombies, die da halt in die Rauchwolke laufen, bekommen Schaden und sterben. Als Einheitenbonus nehme ich immer den Schwertmeister Ken mit, denn, Freunde, er gibt mir 24% mehr Schaden auf meine Schwerter. Und das ist auf jeden Fall richtig krass. Denn wenn man Unterstützer mitnimmt, könnt ihr halt den Haupthelden besser machen. Ihr könnt jetzt beispielsweise sehen, wenn ich jetzt hier den Helden rausnehme, Freunde, sinkt halt dementsprechend meine Kondition und mein Schild. Deshalb ist es wichtig, dass ihr hier genauso gute Charakter drin habt, wie in eurem primären Slot. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann, Freunde, habe ich hier nochmal den Demoliererbull, beziehungsweise den Konstrukteur. Hier kann ich einfach keinen Einheitenbonus leider mitnehmen, weil die nächsten Einheitenbonis sind uninteressant für mich als Ninja, weil ich mit Ninja nur mit einem Schwert spiele. Und die sind halt nicht hochgelevelt. Deshalb, Freunde, kommt hier nichts in Frage. Und deswegen habe ich den ausgewählt, der mir halt am meisten Konditionen und Schild gibt. Als Missionsverteidiger habe ich hier Wahl und habe die zwei Epic Games Mitarbeiter. Die benutze ich nicht so oft. Ich benutze eigentlich fast gar keine Verteidiger, bin ich ganz ehrlich, Freunde. Finde ich ein bisschen unnötig. Das ist auf jeden Fall, ja, ich sag mal, eine Verschwendung. Lieber spiele ich selber, anstatt halt irgend so einen Missionsverteidiger damit helfen zu lassen. Aber wenn die Missionsverteidiger sehr hohes Level sind, wie beispielsweise 82 oder so, dann haben die was drauf. Aber trotzdem finde ich, dass man selber spielen sollte und man sollte nicht irgendwelche komischen Bots für sich spielen lassen. Natürlich habe ich auch noch mal ein paar Helden, die halt sehr interessant sind, mit denen ich auch gerne spiele. Beispielsweise haben wir hier die Frontspielerin Jess. Ist ein sehr guter Entdecker und den kann ich euch ja mal ganz kurz zeigen, wie der aussieht. Ist der Gründerentdecker, Freunde, und er sieht halt richtig geil aus. So Motorradfahrerin in komplett gelb. Mega, mega geil auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Ich habe den Liebesranger, den Havoc, also den Prime Skin. Dann habe ich Spezialkommando Jonas C, Spezialkommando Ramirez. Auch beides Gründerpakete gewesen, und zwar Soldaten. Ich habe hier Carbide, Leute. Ist auch guter Charakter eigentlich, aber ich habe keine Lust, den eigentlich hochzuleveln. Dann habe ich hier nochmal 8-Bit-Demo, auch ein mega cooler Charakter. Er sieht auch richtig cool aus, Leute. Ist halt damals im Event-Store gewesen, vom letzten Event. Was haben wir hier noch? Also wir haben hier so einiges, Leute. Ihr könnt es selber sehen. Ich habe richtig krasse Sachen. Was auch noch krass ist, ist halt der Hase hier, Miss Bunny Penny. Ist auch nicht schlecht. Ich habe hier den Raptor-Freunde. Den bekommt man, wenn man Sammlungslevel 100 erreicht. Dann kann man den nie haben. Und ihr seht, wie halt der Raptor unten drunter aussieht. Richtig interessant auch nochmal, by the way. Und ich habe hier sehr viele Sachen, wie beispielsweise die Patrioten-Charakter. Also ich habe mir schon hier so einiges angespart. Und viele denken sich jetzt, hey, ich habe aber viel mehr Helden als Fraps. Ja, Freunde, ich bin einer, der spielt immer mit seinen Standard-Helden. Und die anderen werfe ich eigentlich hauptsächlich weg. Soviel auf jeden Fall zu den Helden. Also mein Lieblingscharakter ist, wie gesagt, der Cloaked Star. Unterstützer ist Schwertmeister Ken. Und Demolierer Bull nehme ich mit, weil er mir am meisten Konditionen und Schild gibt. Dann, Freunde, kommen wir mal ganz kurz zu den Einheiten. Bei den Einheiten habe ich mega gut Glück gehabt. Denn, Freunde, ich habe mir ein paar Lamas gekauft gehabt. Und aus den ein oder anderen Lamas sind halt, ich sage mal, mythische Skizzen rausgekommen. Und zwar mythische Anführer. Die mythischen Anführer, Freunde, sind immer richtig brutal und die bringen euch richtig viel Blitzlevel. Ich nehme mal einfach einen raus, Freunde, damit ihr jetzt links oben sehen könnt, was für einen krassen Unterschied das überhaupt macht. Ihr seht, Freunde, ich bin direkt zwei Level runtergesunken und das bei meinem so hohen Blitzlevel. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass ihr auf jeden Fall struggelt, um mythische Überlebende zu bekommen. Ich habe hier halt sau viele davon. Leider habe ich bis heute noch nicht mal einen legendären für den Tüftler-Slot bekommen. Finde ich ein bisschen schade, weil dann würde ich auf jeden Fall mindestens Blitz 60 sein. Aber was wir machen, Freunde, ich habe, wie gesagt, alles auf mythisch, außer den Tüftler und die Ideenschmiede. Miese Zeiten auf jeden Fall. Und was ich euch auf jeden Fall als Tipp mitgeben kann, versucht einfach so viele Charakterzüge wie möglich zu haben. Also so verschiedene wie möglich. Versucht am besten nicht, also ihr seht, ich habe immer unterschiedliche Charakterzüge hier. Das ist halt sehr gut, weil, Freunde, wenn man zweimal das gleiche hat wie jetzt hier, kann es halt immer ein bisschen kritisch werden. Weil, ich sage mal, mal passt das nicht, mal passt das nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen, Freunde, ist es sehr wichtig, dass ihr am besten so viele Charakterzüge und so viele unterschiedliche Charakterzüge wie möglich habt. Zu den Überlebenden sage ich eigentlich nicht viel weiter, weil da kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Jeder ist da ein bisschen unterschiedlich. Kommen wir auf jeden Fall mal zu den Skizzen. Ich denke mal, viele von euch interessiert das. Und zwar, Freunde, habe ich bei den Skizzen sehr viele Sachen. Und zwar fange ich jetzt einfach mal hier bei den ganzen Sachen an. Also es ist echt kompliziert, weil hier so viele Sachen sind. Wird auf jeden Fall ein bisschen schwer. Ich habe hier auf jeden Fall als Fernkampfwaffen beispielsweise die Raumfeger. Und zwar ist es eine richtig, richtig krasse Pumpgun. Die ist mega geil, meiner Meinung nach. Die muss ich jetzt noch ein bisschen aufwerten von so den Magazingrößen und so weiter. Aber an sich, eine mega krasse Waffe mit Leitschaden, Energie habe ich das Ganze. Und mir gefällt die. Die ist richtig brutal. Die schießt auch schnell. Und da kann man halt schnell mal so einen Gegner eliminieren. Dann habe ich noch eine Bazooka Level 82, Freunde. Mit Wasserschaden. Und ich finde die Bazooka mega krass. Vor allem, weil sie Wasserschaden hat. Wasserschaden ist mit eines der, ich sag mal, seltensten Elemente, die so die Leute benutzen. Ich feiere Wasserschaden. Ist effektiv gegen viele krasse Zombies. Und an sich auch die Waffe. Mega, mega krass. 17.000 Schaden macht das Ganze. Und in so einer 70er Zone ist halt mal so eine 82er Bazooka brutals unterwegs. Dann vorne haben wir hier die Drachengebrüll. Die Drachengebrüll ist eine richtig krasse Waffe, meiner Meinung nach. Gab es halt im Frühjahrsevent. Und das ist eine Einschusswaffe, die aber, wenn sie die Gegner trifft, ein Feuerwerk abspielt und diese sozusagen von innen auf verbrennt. Und deswegen kriegen die Gegner halt sehr viel Leitschaden. Was mir halt bei der Waffe jetzt nicht so gefällt, ist halt, dass man ein Einschusssystem hat. Deswegen ist hier die Schaden pro Sekunde sehr, sehr niedrig. Als nächstes, Freunde, kommen wir zu meiner Black Scar, die ich habe. Die habe ich mir jetzt erst letztens geholt gehabt. Ich habe ja darüber sogar ein Video gemacht gehabt. Ich feiere die Black Scar. Ist auch mega coole Waffe. Aber die ist jetzt nicht, sag ich jetzt mal, besser als eine normale Scar. Egal, ob ihr eine Black Scar habt oder eine normale, beides kann das gleiche, Freunde. Also, falls irgendjemand euch verarschen will, ey, eine Black Scar ist 70.000 Mal besser. Freunde, glaubt ihm nicht. Die Black Scar macht nur ein bisschen Unterschied. Also, es bringt wirklich fast gar nichts. Dann haben wir auf jeden Fall die Ratterer. Die habe ich mir erst letztens gekauft. Ich bin ehrlich, Freunde. Eines der geilsten Waffen, die ich jemals im Rettet die Welt-Modus spielen durfte. Es ist eine richtig geile Waffe, wo man schön aus der Hüfte sprayen kann und die Gegner nimmt man richtig schön mit. Man macht richtig guten Schaden und man hat 50 Schuss im Magazin. Da ich jetzt hier Magazingröße noch aufgerüstet habe bei meinen Vorteilen, habe ich 70 Schuss im Magazin. Und wenn ich das Ganze auf maximal getunt habe, dann habe ich bis zu 100 oder 150 Schuss im Magazin. Und das ist für eine Waffe in Rettet die Welt, was ein Sturmgewehr ist, richtig krass. Dann habe ich hier auf jeden Fall Trommelwirbel des Gründers, Blitz 58. Leider eine Waffe, die sehr viel Munition verschluckt. Deswegen, Freunde, spiele ich nicht mehr mit der. Aber an sich ist es eine Waffe, die richtig krass unterwegs ist. Ich mag sie, sie ist richtig overpowered und richtig stark. Aber wie ich bereits schon sagte, die verbraucht so viel Munition, deswegen lohnt sich das Ganze nicht weiterhin aufzurüsten. Weil mittlere Munition zu craften, dauert einfach in Rettet die Welt sehr lange. Beziehungsweise man kann auch nicht sehr viel auf einen Schlag produzieren und deswegen kostet das halt immer sehr, sehr viel. Dann habe ich hier Drachenzorn, Freunde. Drachenzorn ist Blitz 34 bei mir. Ist so ein Raketenwerfer, wo ich halt mit, ich sag mal, Billigteilen baue. Und zwar halt Kupfer, Erz oder halt rostige Mechanikteile. Das ist immer zu finden. Da kann man auch die kleineren Leute nachfragen, die jetzt erst in Steinwald sind oder so. Und das ist halt so ein Raketenwerfer, den ich gerne auch für Anfänger baue oder droppe. Und die ist halt richtig geil, sobald die auf den Boden klatscht sozusagen, kommt halt ein kleines Feuerwerk und alle Gegner drumherum bekommen halt mega krassen Schaden. An sich eine mega coole Waffe meiner Meinung nach. Dann haben wir hier die schallgedämpfte Spectre von der, also die schallgedämpfte Maschinenpistole. Die ein oder anderen kennen sie ja. Ist auch eine richtig coole Waffe. Habe ich auch auf Low-Level gelassen, damit ich in Missionen, wo man jetzt nicht so krasse Waffen braucht, weiterhin mit der spielen kann. Und ich will jetzt halt nicht unnötig mein Skizzen-Level verschwenden, äh, mein Skizzen-EP verschwenden. Deswegen lasse ich die Waffe hier. Ist eine mega coole Waffe an sich. Auch sehr schnell. Macht Gegnern sehr viel Schaden auf Schnelligkeit. Und ansonsten, Freunde, ist es eigentlich sehr cool, aber ich benutze sie nicht. Dann haben wir hier Abreißer des Gründers. Ist eine Pumpgun, Freunde. Ich bin ehrlich, das ist gar nicht mein Ding. Die gefällt mir nicht. Die schießen wir viel zu langsam. Da finde ich die Raumfeger viel cooler. Dann haben wir hier auf jeden Fall die Gründerschnellschusspistole. Und die ist brutal, Freunde. Ich habe eine gehabt, die 82er-Blitz ist. Ich habe die immer noch. Und die ist übelst krass, Freunde. Ich habe auf jeden Fall das eine oder andere Mal damit schon gespielt. Und die ist mega stark und mega geil eigentlich. Aber ich bin mir ein bisschen zu fein, um das Ganze aufzutuben. Weil ihr seht selber, ich habe gerade nicht so viel Skizzen-EP hier am Start. Und dann haben wir diese ganzen Waffen, die ich euch gezeigt habe, noch in anderen Seltenheitsstufen. Viele von euch wundern sich jetzt, warum ich so wenige Skizzen habe, Freunde, im Fernkampfbereich. Ist aus einem guten Grund, den ich euch aber erstmal gleich zeigen werde. Kommen wir mal zu den Nahkampfwaffen. Bei den Nahkampfwaffen habe ich jetzt auch mittlerweile nur loadernde Masamone des Gründers. Und zwar, Freunde, habe ich eine Sturmklinge gehabt. Die habe ich aber verschrottet, weil halt die Masamone des Gründers einfach viel geiler ist. Und die gefällt mir einfach besser, da meine Sturmklinge auch Element Feuerschaden war. Habe ich das Ganze einfach dann verschrottet. Auf jeden Fall habe ich noch ein paar richtig krasse Fallenskizzen am Start. Elektrizitätsfeld habe ich, 82er Blitz. Dann Decken-Gasfalle auf 82 Blitz. Und die hölzernen Bödenstacheln auf 82 Blitz. Und das Wanddynamo auf 82 Blitz. Mega krasse Fallen. Kann man immer sehr gut verwenden. Auch die Materialkosten sind nicht so hoch. Was halt ein bisschen Mangel ist, ist immer, ich sag mal, die Schrauben und das Rohärz sind immer, immer Mangelware, Freunde. Dann haben wir hier den Bodengriller. Mega effektiv eigentlich. Zündet so Gegner an. Klar, wenn man jetzt Feuergegner hat, bringt das jetzt nicht wirklich was. Aber dafür habe ich halt den einziehbaren Bodenstacheln. Ich mache immer so eine Konstellation. Ein Bodengriller, eine Bodenstachel. Dann bringt das Ganze auf jeden Fall was. Wir haben hier das Wandkatapult. Wenn Zombies dagegen laufen, werden sie erstmal ausgenockt. Das heißt, meine Pfeilen können dann auf Dauer mehr Schaden machen. Wandlichter verwehren Zombies. Die können dann nicht weiterlaufen. Wandpfeile geben Gegnern Schaden. Und als nächstes, Freunde, habe ich hier den Bodengefrierer. Zombies werden eingefroren. Und nochmal das Heilpad. Heilpad braucht man immer ab und an, Freunde. Und es lohnt sich einfach mal, das Ganze in seinem Inventar zu haben. So viel auf jeden Fall zu den Skizzen, die ich jetzt besitze. Habt ihr jetzt auch mal kurz und knackig gesehen gehabt. Die Helden habe ich euch ja gezeigt. Hier habt ihr nochmal eine ganze Übersicht, Freunde. Mega geil eigentlich die Sachen, die ich habe meiner Meinung nach. Die Überlebenden. Hab auf jeden Fall ein paar davon. Habt ihr auch schon selber vorhin gesehen. Ich habe Verteidiger. Nur normale, weil alle anderen lösche ich immer, weil ich keine Verteidiger brauche. Und wenn ich halt Verteidiger bekommen würde, würde ich halt nur Legendäre behalten, wie halt die Wahl hier. Die war aber kostenlos bei einer Mission dabei. Deswegen muss man jetzt damit leben. Dann habe ich hier auf jeden Fall noch im Rucksack sauviele Sachen. Sauviele Waffen, die mir Ehrenmänner gedroppt haben. Wie beispielsweise Wiz. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Er macht auch Rettet die Welt. Mega korrekter YouTuber auf jeden Fall. Und er hat mir auf jeden Fall die ein oder anderen Waffen gedroppt. In meinem Lager habe ich noch voll viele Waffen. Ihr seht, ich habe sehr viele Schwerter. Weil ich bin einer, der spielt normalerweise nur mit Schwertern. Deswegen habe ich hier sehr viele unterschiedliche Sachen. Munition könnt ihr hier selber sehen. Da muss man halt voll viel craften und so weiter. Deswegen überspringe ich das. Ich habe sehr viele Fallen im Voraus schon mal produziert. Könnt ihr hier auch sehen. Und das sind halt gerade so meine Ressourcen. In meinem Lager habe ich noch mal ein bisschen mehr. Aber ihr könnt sehen, was ich halt derzeit so immer mit mir schleppe. Malachid wurde mir auch zum Glück erst letztens von Wiz, glaube ich, gedroppt. Mega korrekte Sache. Weil ich hatte keins mehr. Und ja, das sind auf jeden Fall meine ganzen Sachen. Was halt immer Mangelware sind, die Planken und die faserigen Kräuter in letzter Zeit. Und die Mineralien sind mega knapp. Weil die braucht man immer, Freunde. Was ich im Lager habe, kann ich euch natürlich auch noch mal gerne zeigen. Ich habe sehr viel Material am Start. Für die Base, die ich noch weiter bauen will. Weil ihr wisst es ja selber, Freunde. Soweit ich beim nächsten Sturmschild angelangt bin, baue ich auf jeden Fall eine richtig krasse Base für euch. Und die werde ich euch auch dann noch mal zeigen. Ich habe hier ein 130er Bazooka, fast auf Max gelevelt. Ich habe hier Drachengebril auf 130, eine Black Scar auf 130, Totengräber auf 130, Deckenreifenstapel auf 106, Müllkanone. Ich habe hier richtig krasse Sachen noch im Lager, Freunde. Aber die sind, denke ich mal, jetzt auf Dauer uninteressant für euch. Und sonst, so ressourcentechnisch habe ich eigentlich alles in meinem Rucksack. Weil, wie gesagt, mein Lager auch voll ist. Was wir uns auch angucken können, die Ressourcen. Das ist immer Mangelware bei mir. Also Kraftquellen oder Vorteilsplusse fehlt immer. Blitz in der Flasche, Auge des Sturms ist in Ordnung. Blitz, äh, hier reine Regentropfen, da habe ich in letzter Zeit richtig viel gesammelt. Sturmsplitter habe ich sehr wenige. Gold habe ich auch gerade sehr wenig. Ähm, die täglichen Münzen habe ich viele, 2200, aber da kommt auch nichts, was mich jetzt interessieren würde. 1000 Überlebende habe ich. Also, ich habe hier auf jeden Fall schon die ein oder anderen interessanten Sachen. Aber so auf Dauer ist gerade schon ein bisschen mies. Im Umwandler habe ich sehr viele Sachen, aber die ich jetzt nicht umwandeln möchte. Weil hier kommt eigentlich immer nur Bullshit raus. Das kann ich auch jedem abraten. Da muss man immer zwei krasse Sachen reinpacken, um eine schlechte Sache zu bekommen. Deswegen lohnt sich das meiner Meinung nach nicht, wenn man diese ganzen Sachen hier durchführt. In meiner Sammlung, Freunde, worüber ich jetzt reden möchte, sind sehr viele Sachen. Ihr seht, ich bin Blitz 58, aber bin schon Sammlungslevel 113. Viele von euch, die Ready die Welt spielen, die wissen, dass das ein sehr hohes Level ist. Und ich muss ehrlich sein, Freunde, ich habe hier sehr viele Charakter reingemacht. Aber ich habe keine Angst davor, weil, Freunde, ihr müsst immer bedenken, es gibt seit neuestem eine Funktion. Ich kann L1 drücken. Wenn ich die Sachen hier eingefügt habe, kann ich sie für 20 V-Bucks rausholen. Easy peasy. Deswegen, Freunde, mache ich die ganzen Sachen lieber in meine Sammlung rein. Dann zerschreddere ich nichts aus Versehen oder sowas und kann immer wieder hier zugreifen und kann meine Sachen hier rausholen. Ihr seht, hier habe ich alles voll gemacht, weil die Waffen sind scheiße meiner Meinung nach alle. Bei den Helden habe ich sehr viel. Also ist auf jeden Fall immer krass. Ihr seht selber, man kann hier auf jeden Fall die ein oder anderen Sachen rausholen. Anhänger habe ich sehr viele hier reingepackt, weil, wie ich ja sagte, Verteidiger spiele ich nicht. Überlebende habe ich sehr viele reingepackt. Anführer sind sau viele reingepackt worden. Einmalige Anführer habe ich auch schon mal ein paar Stück doppelt und dreifach gezogen. Deswegen sind die auch hier drin. Fallen habe ich sehr viele reingepackt, auf jeden Fall. Also ich bin eigentlich fast komplett voll mit dieser ganzen Sammlung. Ich bin mal gespannt, was es als letztes geben wird, als letztes Level. Ob es überhaupt ein letztes Level gibt. Deswegen bin ich da gerade noch derzeit am struggeln, beziehungsweise am drauf arbeiten. Ihr seht, ich habe sau viel hier eingefügt, Freunde. Und das kann ich auch alles rausholen. Also da brauche ich, denke ich mal, mich nicht recht zu fertigen, warum ich das Ganze gemacht habe. Ich denke mal, das ist für jeden ein bisschen selbstverständlich, dass ich das Ganze jetzt so gemacht habe. Ihr seht, ich habe hier so viele Sachen, Freunde. Ich kann die alle aus dem Slot entfernen, wenn ich möchte. Aber derzeit habe ich halt einfach kein Interesse an diesen ganzen Waffen. Und ihr müsst auch bedenken, Freunde, es gibt auch derzeit eine richtig coole Funktion. Beispielsweise für die Leute, die jetzt eventuell einen richtig coolen, krassen, ja, Überlebenden oder irgendwie einen Verteidiger haben wollen oder sonst was, den ihr halt reingepackt habt. Wie gesagt, ihr geht einfach rein und holt ihn raus mit der Taste L1. Musst halt V-Bucks dafür bezahlen. Aber auch für die Leute, die jetzt eventuell gerade keine coolen Helden haben. Ihr könnt hingehen und könnt hier wirklich Helden rekrutieren. Ihr müsst dann halt hingehen, müsst 100 Kraftquellen bezahlen für ein legendäres und ein paar Handbücher geben. Beispielsweise, Freunde, diese Headhunterin hier ist ein mega krasser Charakter eigentlich und den kann ich eigentlich vielen empfehlen. Als Soldat ist es eigentlich die krasseste, glaube ich. Und ihr könnt auch natürlich die, ähm, hier, die Ramirez rausholen, die übelst krass ist. Die ist nämlich ein Mythisch, Freunde. Kann man auch machen, da muss man halt selber entscheiden. Nur man muss halt hier umso mehr bezahlen. Ihr seht 250 Kraftquellen für einen mythischen Charakter. Und natürlich 300 Handbücher. Und 300 Handbücher, Freunde, sind nicht wenig, bin ich ganz ehrlich. Also da muss man auf jeden Fall selber mal entscheiden. Man kann hier auf jeden Fall die ein oder anderen krassen Sachen rausholen, wie ich ja bereits gesagt habe. Ihr müsst auf jeden Fall mal selber schauen, was euch gefällt, ob euch was gefällt. Und im Großen und Ganzen, Freunde, habe ich euch, glaube ich, hier alles gezeigt. Soweit ich weiß, habe ich irgendwas vergessen. Ja, meinen Fertigkeitsbaum habe ich eigentlich alles voll. Hierbei bin ich gerade am Ackern, dass ich das Ganze hier freischalte. Forschung bin ich auch recht weit. Ich arbeite schon hier mit Stufe 4 weiter, weil man muss immer am besten die Überlebenden freischalten, Freunde. Die hier. Und zwar steigt man dann halt locker easy vom Blitzlevel. Im Beuteshop braucht man auch nicht zu wissen, denke ich mal. Und meine Aufträge sind auch alle uninteressant, denke ich mal, für euch. Und das, Freunde, soll auf jeden Fall hier mein ganzer Inventar, meine Waffen, wie weit ich bin und so weiter gewesen sein. Ich hoffe an sich, dass euch das Video hier gefallen hat. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung dazu reinschreiben. Ich könnte eventuell nochmal genauer mein Lager zeigen, weil ich habe noch bei Kollegen was gebunkert. Also, was ich so an Waffen habe und so weiter. Deswegen sagt mir das Ganze gerne. Sagt mir auch bitte, wie ihr das Ganze hier fandet, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und hier an der Stelle würde ich mich dann aber auch schon verabschieden, Freunde. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Teilt das Video gerne mit euren Freunden. Und wie gesagt, Freunde, lasst mir bitte ein Abo da, weil wir sind kurz vor den 350.000 Abonnenten. Ihr würdet mich auf jeden Fall damit unterstützen. Ich würde mich dann verabschieden und wünsche euch allen einen angenehmen Tag. Haut rein, geht mit dem Flow, euer Freps. Ciao.